Talk.dot bewirbt sich um einen WG-Platz bei. Rolf, Rollo, Fuhrmann, nur ein Zimmer ist noch frei. Hast du schon mal geputzt? Ja. Was? Klo, Dusche, Küche. Brauchst du nicht, wir haben eine Putzfrau. Und, kannst du kochen? Ich? Nächste Frage, kannst du kochen? Ja, ich kann eine Bolognese machen. Die beste der Welt. Kochst du morgens in den Kühlschrank, wenn du zur Arbeit gehst? Was arbeitest du überhaupt? Ich komme doch nicht in den Kühlschrank, wenn ich zur Arbeit gehe. Ja, falls was fehlt irgendwo, dann sollte das abends da sein. Kann nicht sein, dass ich nach Hause komme, zum Beispiel ich oder du, und dann ist nichts da. Ich mach das, ich würde gucken. Ich soll für dich einkaufen? Nee, für uns. Für uns. Wir sind in der WG. Für den? Ja, ich sehe schon, das wird sehr erfolgreich. Was kann dir noch? Ähm. Ich bin reinlich, leise, fordere nichts, mach das Treppenhaus. Das ist schon schlecht. Ich kann mich gut unterhalten. Ja, das ginge eventuell. Worüber denn? Zum Beispiel beim Talk der offenen Tür, kennste? Nee. Talk der offenen Tür, wir haben aber immer geschlossen unten. Also lass ja nicht die Tür auf. So geht das schon mal gar nicht los. Wird Zeit, dass er zu uns kommt, oder? Ich weiß nicht. Wir machen eine Party-WG auf. Wir ziehen beide ein. Ja, ich bin ja sehr skeptisch. Aber gut, ich lass mich überraschen. Ich freu mich. Die neue WG bald im Fernsehen. Ja. 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 Ja.